Dieser Beitrag ist im Wesentlichen dazu gedacht, Menschen, die jetzt erst mit der Suche begonnen haben, abzuholen und ich kann dir nur sagen, unter diesen Stichworten bist du richtig, du bist goldrichtig. Das heißt Bindungstrauma, Entwicklungstrauma, Polyvagaltheorie. Wenn du diese Begriffe hast, wenn du die gefunden hast und anfängst danach zu suchen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Das hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern hinter diesen Begriffen ist das Wissen enthalten, was dir deine Situation bis in die Tiefen erklärt, dir einen Kontext liefert zum Verständnis, was überhaupt los ist und was dir den Weg hinaus zeigt. Und zwar nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig, sofort. Das heißt, um diese Stichwörter oder Keywords wird sich in der Zukunft alles drehen. Dort wird der Fokus der Gesellschaft der Menschen hingehen, weil das die Ursache ist und nicht nur die Ursache, weil hinter diesen Begriffen, wie gesagt, auch die Lösung steckt. Also ich möchte, dass dieser Beitrag hilft, Menschen, die am Beginn des Weges sind, am Beginn der Suche abzuholen und erst mal vermitteln, ja, das ist richtig. Also vielleicht bist du seit Jahren oder seit Jahrzehnten sogar auf der Suche und ich will dir einfach sagen, mit diesen Wörtern hast du gefunden, was du gesucht hast. Dahinter ist die Lösung zu finden. Bindungstrauma, Entwicklungstrauma, Polyvagal-Theorie. Das, was wir Leiden nennen, also nicht Schmerz, sondern das Leiden, das Leiden, was seit der Kindheit nicht gelöst ist, ist eine Disregulation im autonomen Nervensystem. Eine dauerhafte, nicht mehr situationsangemessene Disregulation im autonomen Nervensystem. Das sagt dir jetzt vielleicht überhaupt nichts, macht nichts. Ich will einfach nur die Prinzipien kurz zusammenfassen. Es gibt in dem Sinne kein psychisches Leiden, sondern das ist immer im Körper. Das Ding ist aber, dass wir in dem Sinne nie von der Vergangenheit her leiden. Die Ursache ist in dem Sinne für das Leiden jetzt ist nicht die Vergangenheit, sondern die Ursache ist, dass das Nervensystem den Albtraum der Vergangenheit immer wieder neu inszeniert und immer wieder neu erschafft, in jedem Moment. Und das macht es im Wesentlichen dadurch, dass es keine echte Verbindung und keine tiefen Beziehungen und echten Kontakt zulässt. Das ist der Mechanismus, wie der Albtraum immer wieder neu erzeugt wird und wie immer wieder jetzt die Disregulation im Nervensystem entsteht. Wir leiden in dem Sinne auch nicht unter fehlendem Kontakt. Das ist letztlich die Ursache, aber das Leiden selber ist die Disregulation im autonomen Nervensystem. Wir können also sagen, es ist im Körper, es ist ein Körperzustand, aber die Ursache, wie das erschaffen wird, hat etwas mit der Beziehungsebene zu tun. Und solange wir diese Beziehungsebene eben nicht haben, solange wir keinen echten Kontakt haben, ist der Organismus nicht sicher. Das ist reine Biologie. Der fühlt sich nicht sicher. Und dadurch wird das alte Szenario im Körper aktiviert. Auflösen tun wir das, indem wir in Kontakt treten, indem wir uns mitteilen und dadurch Sicherheit in das Nervensystem bekommen und dadurch die Disregulation beenden. Das ist der ganze Trick zusammengefasst. Und der Mechanismus, den ich den Menschen beibringe oder was ich lehre, ist nichts Kompliziertes, sondern das ist das ehrliche Mitteilen. Weil das ehrliche Mitteilen dazu führt, dass wir reale Informationen über den inneren Zustand des Gegenübers erfahren und das Sicherheit etabliert und uns Sicherheit gibt und dadurch wir uns im Kontakt entspannen können. Trauma bedeutet immer, ich kann mich im Kontakt mit Menschen nicht entspannen. Der Kontakt mit Menschen ist bedrohlich. Und wenn ich das mitgeteilt habe und gehört habe von dem anderen, dann entspannen sich beide Nervensysteme. Und das ist das Schöne. Wir brauchen gar nicht alleine den Weg herausfinden. Es gibt auch gar keinen Weg alleine, sondern wir machen das alle zusammen. Entweder wir heilen zusammen, wir transformieren uns zusammen oder eben nicht. Und das gilt für Paare, das gilt für den ganzen Planeten. Also entweder wir schaffen das hier auf der Erde, uns ehrlich auszutauschen oder wir zerstören diesen Planeten. Zerstören deswegen, weil alles, was wir nicht mitteilen können, müssen wir ausergehen oder unterdrücken. Das heißt, entweder zerstören wir das Ding im Außen oder wir zerstören uns selber. Und das ist die Situation. Das heißt, die Masse der Menschen hat es noch nicht geschafft, das, was in ihnen ist, mitzuteilen gegenseitig. Deswegen ist der Planet in der Situation, in der er jetzt ist. Und wahrscheinlich haben wir nicht mehr so viel Zeit, das zu lernen, so wie es aussieht. Also ich will dich bestärken, dass du mit diesen Wörtern, dass du richtig bist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und ich will dir auch Mut machen, weil es eine Lösung gibt. Es gibt eine Lösung. Und die ist sowas von einfach letztlich. Die ist so einfach, dass wir sie übersehen. Das, worunter wir leiden, müssen wir mitteilen. Und das ist schon alles. Das Problem ist, wenn wir eben die Traumatisierung haben, dass wir eben da das nicht greifen können, was wir mitteilen müssten, weil wir das ausblenden mussten als Kind. Deswegen kann es sein, dass es am Anfang mal Kurzhilfe von außen braucht, um den entscheidenden Teil auszuformulieren, zu verbalisieren, was das eigentlich ist. Und dann einen sicheren Rahmen zu bekommen, um das mitzuteilen. Weil das Mitteilen dieses zentralen Punktes ist mit Lebensgefahr verschaltet. Und somit macht es Sinn, das in einem sicheren Setting zu machen. Aber das Prinzip, das ist ganz einfach. Wenn das mal verstanden ist, wenn ich mal erfasst habe, dass ich alles, was in mir ist, kommunizieren kann. Und dass da jemand ist, der das hört und der das Gleiche macht und dass da gar nichts passiert. Dass es um die Verbindung selber geht, dass es um den Austausch selber geht und eben nicht um das, was mitgeteilt wird. Um den Inhalt geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ob ich jemandem sage, ich hasse dich oder ich liebe dich oder du bist mir völlig egal. Das spielt keine Rolle, sondern diese Mitteilung selber ist das, was die Lösung ist. Das heißt, wenn ich sagen kann, du bist mir vollkommen egal, ich hasse dich, ich liebe dich, das ist alles dasselbe. Das erzeugt alles das gleiche Maß an Nähe. Es geht also um das Maß an Nähe, nicht um das, was inhaltlich transportiert wird. Und es finden sich immer mehr Menschen, die auf diesem Weg unterwegs sind, die das erfassen, dass das die Lösung ist. Ich bekomme Feedback über das Buch, also dass Menschen einfach wie aufwachen und sagen, ja, wow, das ist der Weg oder das klingt nach einer Möglichkeit, nach einer Lösung. Ich habe das schon umgesetzt mit meinem Partner und wir haben tolle Ergebnisse. Ja, also das ist ein möglicher Weg. Natürlich kann man auch direkt über den Körper ansetzen, über Körperarbeit, aber dann sind wir wieder isoliert. Dann machen wir wieder was isoliert für uns. Kann hilfreich sein, aber es ist viel direkter und viel schneller, das mit einem gegenüber zu lösen. Weil die Körperarbeit alleine, die ich mache, das ist auch nur Mittel zum Zweck, damit ich dann endlich in Kontakt treten kann. Ich kann aber direkt in Kontakt treten. Und noch was wichtig ist, ich kann mit allem in Kontakt treten. Wir werden auch aus spirituellen Kreisen in die Irre geführt, weil dort zum Beispiel gesagt wird, ja, ich muss erst selber erleuchtet sein, um anderen helfen zu können. Ich muss erst selber mich gefunden haben, damit ich Beziehungen leben kann. Ich muss erst selber stabil werden, damit ich mit anderen in Kontakt treten kann. Das ist absoluter Blödsinn und völlig zerstörerisch, diese Botschaften. Und die sind einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Und das weiß ich aus meinem eigenen Leben und ich weiß das aus der Arbeit mit Klienten. Es ist nicht wahr. Ich kann aus jedem Zustand in Kontakt treten, diesen Zustand mitteilen und dadurch eine Transformation und Heilung erfahren. Das spielt keine Rolle, in welchem Zustand ich bin. Ob ich völlig dissoziiert bin, total aggressiv, völlig verliebt, egal was da ist, egal wie destruktiv ein Zustand ist, selbst wenn ich das Gefühl habe, ich bin überhaupt nicht mehr vorhanden. Auch damit kann ich in Kontakt treten. Ich kann sagen, ich fühle mich gerade nicht vorhanden. Und wenn ich das mitteilen kann, dann gibt es schon wieder eine Verbindung. Ja, ich kann auch mit meiner scheinbaren Abwesenheit in Verbindung treten. Das ist also aus meiner Sicht der Schlüssel und der Kern und das ist so einfach, dass das jeder machen kann. Und das müssen wir in der Gesellschaft etablieren. Das muss zum Mainstream, zum Normalsten werden, was es überhaupt noch gibt. So wie es heute normal ist, dass man sich gegenseitig zerstört, fertig macht, dass der ganze Planet voll mit Krieg ist, so müssen wir lernen, in die Mitteilung zu kommen. Und dann löst sich alles Destruktive auf. Das ist wie Mathematik. Alles, also ich bin von Haus aus Informatiker und ich habe genauso wie die Computersysteme und die Informatik, habe ich eben begonnen, das, was uns Menschen in Beziehungen bewegt. Und was dort passiert, habe ich genauso angefangen zu studieren. Und ich sehe, dass das auch nach ganz präzisen und letztlich einfachen Gesetzen stattfindet. Und das ist natürlich nicht alles von mir, sondern ich habe mir einfach die Top-Wissenschaftler vorgenommen, habe das studiert, was die herausgefunden haben. Und am Ende ist es alles sehr simpel, nichts Kompliziertes. Die Lösung ist immer ganz einfach. Und so ist es auch bei Trauma und Entwicklungstrauma und Bindungstrauma. Am Ende werden wir, hoffe ich, es schaffen, uns ehrlich mitzuteilen und damit das Leiden hier auflösen. Und noch ein Letztes. Das Mitteilen selber transzendiert das Leiden. Das heißt, wenn du in einem ehrlichen Austausch bist, dann bist du bereits jenseits des Leidens. Das ist gar nicht so, dass das Trauma darunter tatsächlich geheilt werden muss, sondern in dem Moment, wo du in der Mitteilung bist, in der ehrlichen Mitteilung, bist du jenseits davon. Da hat das schon keinen Zugriff mehr auf dich. Das ist wie eine andere Ebene. Wenn du mal das erfahren hast, dass du alles kommunizieren kannst, wirst du sehen, und wenn das gehört wird, wirst du sehen und erfahren, dass das Leiden nicht mehr vorhanden ist. So, und all diese Dinge sagt man uns natürlich nicht, weil, wenn wir damit beginnen, kommen wir auch an unsere Kraft und an unsere Macht. Wenn viele Menschen begreifen, dass sie sich austauschen können und dass da nichts passiert, dann brauchen wir keine Machtstrukturen mehr. Dann hört die Trennung auf. Und das wollen natürlich bestimmte Kreise nicht. Dann wird die Kraft im Individuum freigesetzt einerseits. Andererseits entsteht durch die Verbindung untereinander ein riesiges Kraftfeld, wo man nicht mehr sich reinhuben kann und dort Machtspiele machen kann. Der ehrliche Austausch zerstört alle Machtstrukturen komplett. Da bleibt nichts übrig. Und das, was die sozusagen die Macht in Anführungszeichen dann hat, das ist eben der gemeinsame Bewusstseinsraum einer Gruppe. Das ist das, was dann die so in dem Sinne im Mittelpunkt ist, von wo aus dann die Macht ausgeht. Das ist aber nichts Hierarchisches mehr, sondern das ist das gemeinsame Wahrnehmen aller Teilnehmer. Das ist der gemeinsame Bewusstseinsraum. Und das kann man jetzt Öffentlichkeit nennen, das kann man Bewusstsein nennen, Achtsamkeit oder kollektives Bewusstsein oder Gruppenbewusstsein, ist egal, wie man es nennt. Das ist das, wo dann die Energie hingeht und was dann im Mittelpunkt steht. Und Machtstrukturen und ausgeübte Macht von einzelnen Personen funktioniert nur, indem ich die Menschen untereinander trenne und den Energiefluss unterbinde. Ja, oder mich da reinhoge mit Geld und Zins und Zahlungssystemen. Ja, das ist alles sehr, sehr hinterhältig. Aber mit dem Verbundensein hört es auf und dann sind wir wieder frei. Also lass dich nicht abbringen. Du hast alles in dir, was du brauchst. Es ist immer eine Transformation möglich. Lass dich nicht in die Irre führen von niemandem. Glaub an deine Heilung, an deine Wandlung, dass was Positives möglich ist, sowohl für dich individuell als auch für den Planeten. Bleib einfach dabei, geh weiter und du wirst sehen, dass sich die Dinge wandeln.